Hallöchen ihr Lieben und Herzlich Willkommen in der fam...fam...fantastischen Welt. Famaliteit wollte ich eigentlich sagen. In der Fam...familiteiten... Kack...fossil...miele...miele hier... Ich...ich...ich... Ich hab's wieder mal zusammengebracht. Zu fehlend Vollgas... Ja...ich hab ein Gargantula-Weg wahrscheinlich versaut, weil ich zudem ich war, einen gewissen Schalter umzulegen. Weil ich mir total unsicher war, ob ich den jetzt machen darf, soll oder nicht. Ach ja... Ja, ich hab genug. War? Passt. Und ähm...ja... Final Fantasy 9 verzeiht es mir offensichtlich nicht, diesen Fehler gemacht zu haben. Es bleibt mir nur noch eines übrig, die Mine hier... Okay, das ging. Zu verlassen. Zuerst einmal den Schaltier umzuschmeißen. Ja, dieser Bescheid umlegen, bitte. Wenn wir jetzt die Gargantula-Bahn hier nutzen, komme ich nicht mehr zurück, weil wenn ich hier runtergehe, nehme ich dieser Wasserstrahl hier und... aus ist. Ich komme auch nicht mehr zurück, egal was ich mache. Ja, einfach super. Muss ich stehen lassen, so wie es ist. Also, wenn ihr beim dritten Schalter seid, den Schalter sofort betätigen, dann mit der Gargantula dorthin, dann wieder zurück, Schalter umlegen und dann könnt ihr weiter. Dann könnt ihr noch einen, zumindest einen Schatz, aeropäutern. Wir hauen jedenfalls hier ab. Tschüss! Sehr gut. Passt, wir dürfen hier auch nicht mehr zurück. Und gehen an die Frischluft. Boah, dieses Licht. Hat sich der Nebel etwa aufgeklärt? Na ja, wenn es der äußere Kontinent ist, dann gibt es hier keinen Nebel. Wo ist der Kontinent? Wir haben es geschafft, wir sind hier. Sehr gut. Ist das hier eine Wüste? Tatsächlich, es ist eine Wüste. Aha. Welche Monster leben hier? Wir müssen ja auch ein bisschen trainieren, nämlich auch noch. Aha, da kommt schon das erste. Wir müssen ja auch ein bisschen trainieren. Dann kann ich mir selber sowas gratulieren. Ja... Ja, Genine habe ich sehr besprochen. Dann kann ich mir selber gratulieren. Ja... Musst du jemanden heisen eigentlich? Ja, nimmst du halt Winnie. Ähm... Ich muss da einmal draufhauen, einmal sammeln und einmal fressen, wenn es passt. Ah, verleckt mich aber nicht. Muss schwächer werden. Ahaha, ist ja nicht zu glauben, oder? Ah, Ero. Da machst du halt normales Feuer, da wird schon passen. Ah, ich glaube, der Bärdmann muss winzen. Also da wird es somit wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich ein Wiesler sein. Ja, der Stein stimmt jetzt, das ist schön. Basta steht noch. Lässt du dich jetzt fressen? Muss schwächer werden, dein Ernst jetzt. Boah. Ich habe den Mistkett dann ausgehalten, ich weiß es gar nicht. Boah, das hat Lilly ganz schön was gekostet. Ein Haar, wenn ich jetzt, das ist immer schön. Sehr gut. Alles, was ich glaubte. Würdest du dich jetzt bitte fressen lassen, du Hintl? Boah, ey. Sein Ernst? Wenn ich jetzt auf Angriff gehe, ist das wahrscheinlich... Das ist echt gemein. Das ist echt gemein. Leben tut er noch? Und? Ja, eigentlich... Ungenießbar. Fast. Ist erledigt. Ja. Und dann wär das sicherlich gut gewesen. Das können wir ja schon. Denk ich halt mal. Hat sie mir jetzt selber mal die Fähigkeiten eingesetzt. Yeah. Wuh, 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 wuh. Wenn ich ins nächste Gebäude reingehe, möchte ich schon gerne Level 20 gewesen sein. Mit allen Charakteren. Sonst wird mir irgendwann mal der Rosenboden angezogen. Ja. Weil ich faul war und nicht trainiert habe. Natürlich habe ich auch mir nicht die Fähigkeiten zu fressen. Das hört sich wieder super an. Ich glaub das stimmt jetzt. Tschau. Na, der hat's ausgehalten. Nur ein bisschen Glück haben. Nur ein bisschen Glück. Ja, wow. Queenabteil haben erlernt. Supi. Bravo. Neue Attacke. Yeah, bravo. Das ging ja super. 300 Tagspunkte. 300 Tagspunkte. Yeah. Wuh, 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 wuh. Bibi und Queenabteil haben erlernt. Erlernt, genau. Und dann bekommen zwei AP-Pünktchen aufgetropfen. Und ein bisschen Geld haben er bekommen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das freut uns. Und es geht schon weiter. Hurra. Hier mit den Viechern. Wie heißt es dieses Mal? Ah, der flog schon wieder. Den können wir gleich weghauen. Da brauchen wir gar keine Rückschläge. Einfach weghauen. Gutes. Der hat nämlich nichts Gescheites für uns. Oh nein. Und zwar, ich will es noch nicht. Glitzrahm. Angriff. Du hast sicher zu kille die Trance. Genau. Die Trance. Die Trance. Und auch weg mit dem Viech. Und dann weg mit dem Viech. Ja, aber ein hübscher Greif eigentlich. Also Glutmound oder so. Türen füllen, bis man sich hier zum Fuß geht. Ah, wir haben jetzt den Schoko. Den Schoko-Boo. Schlaf, super. Lilly hat auch was erlernt. Müssen wir gleich nachschauen, ob wir jetzt was wechseln dürfen. Nach Glutsch in Glutsch, nach Glutsch in Glutsch. Lieber Vivi, ja, der Feuerstock ist erledigt. Oha, du hast doch nichts. Ja, ist auch eine Möglichkeit. Der Magiehut hilft dir auch nichts. Da kann ich schauen, wie ich lustig bin. Halsdruck hilft dir jetzt auch nichts. Du hast sonst echt nichts. Vivi ist somit eigentlich gleich mal fertig. Die gute Lilly. Lilly. Ja, jetzt sind wir fertig. Dem, ich glaube, da haben wir auch nichts Besseres, Unscheiteres. Na? Mitril-Weste. Oh, Seidenkleid. Allzweck-Weste. Na, nehmen wir Seidenkleid. Elfen-Oring ist fertig. Das freut mich besonders. Denn wir werden... Nehmen wir? Ja. Wir werden unsere erste Bestie erlernen. Nämlich Ramu. 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 Mist-Gäbelchen. Ja, das dauert immer noch immer, bis die fertige ist. Da ist auch nichts Scheiß. Da ist auch nichts Scheiß. Das braucht er noch. Das braucht er auch noch. Alles klar. Mal so nachklubschen. Fast. Alles gut. Jetzt kann, wie, äh... Wie, wie sag ich? Lilly kann jetzt zum ersten Mal ihre Bestie nutzen. Die erste. Den guten Ramu. Davon haben wir einen Ohrast. Das bedeutet, ganz recht, frische Falten. Viele, viele Frösche. Wir gehen auch zuerst rein. Schon ein paar auch so ähnlich aufgebautes, wie die wir schon kennen. Oh mein Gott. Nicht der Kaktus. Oh mein Gott. Jetzt sind wir des Todes. Scheiße. Scheiße. Keine Ahnung, was... Ob da was überhaupt hinaus ist. Auf jeden Fall gehen wir jetzt durch den Fett. Das heißt, klar. Das ist mein Ernst. Und da muss er sofort sterben in einem Zug. Aber wenn der das mit den 1000 Nadeln macht, sind wir hier. Fährt Donner. Mit der Macht des Donners. Und der Gewitter. Direkt durch das Scheißflug. Aber jetzt ist alles sinnlos, weil er eben im Boden... Boah, was hat das gebracht? Oh, 990 Schaden. 1000 Stapel. Oh. Das ist der Nachteil des Ganzen. Einer fräckt leider immer momentan. Weil wir noch viel zu schwach sind. Dafür gibt es haufenweise Erfahrungspunkte. High Potion Phoenix Väter kann ich gleich brauchen, ja. Können wir sofort brauchen. Ja, das ist der Nachteil an diesem Viech. Aber anders geht es leider nicht. Toll. Diejenige, die den, ja, ich sag mal, Toteschlag versetzt hat, an diesem Viech, die muss leider Punkt dafür. Auweia. Noch jemand Heilung dabei geht es. Ja, das ist der Nachteil von diesem Kack, von diesem Kack-Kaktus. Wir werden mal den Moorast hier besuchen. Schaut aus wie eine Birne. Wir dürfen auch gleich kämpfen, dass es sowas gibt. Da wollte ich gerne Level 25 sein, damit wir, ich glaube, das sind wir dann über, das ist ein Leben, ja, über so um die 1000 herum müssen als da, ne. Und einen anderen dauert es sowieso länger. Bist du schon hin? Nein. Vielleicht noch ein kleines Fröhrchen. Rufen wir jetzt hier auf nichts. Ja, die hauen schon rein. Und dann einmal fressen kann ich gerne, da wird ein Nasshauk haben. Wahrscheinlich. So, zack. Na los, wieder fließen auf. Fass. Muss schwächer werden. Frei mich. Eis liegt nicht. Das könnte zu stark sein. Wasserwerfer. Das hat Schaden gemacht. Bitte, Fisch, lass dich jetzt endlich fressen. Damit ich unsere Gruppe heilen kann. Nusscreener. Nasshauk wäre es gewesen. Nasshauk wäre es gewesen. Wahrscheinlich. Nasshauk. Yeah. Wup, 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 wup. Titane und Lily haben wir abbekommen und Queen hat gar nichts was erlernt. Ja, das ist eine spannende Gegend hier. So, liebe Lily, du darfst wieder heilen. Zweimal hier. Der Rest passt eigentlich noch. Ja, es ist eine raue Gegend hier. Anliegen, den lieben Queen hat. Weil wenn der Vollmond fertig ist. Okay, da brauchen wir noch. Dann, glaube ich, singe ich ein kleines Halleluja. Glaube ich. Auf lauter Freude. Moment. Mockmeier? Der wüsste, warum bist denn du da? Wohin muss ich eigentlich? Ich möchte nichts wissen. Eigentlich nicht, na? Wüsste du jetzt auch hier in dem Moor hast. Vielleicht ist es ein Zwicklungsbruder von ihm. Geht es hier irgendwo rein? Geht es drüben rein? Und hier quälts. Quälts. Da geht es rein. Warte kurz. Zuerst noch da schauen. Vielleicht ist irgendwas versteckt. Ein Weg, das versteckt. Über den hier mal. Darüber. Dann müsstest du mal zu dem Teich gehen. Ja. Oh mein Gott, sind da Flösche. Ja. Und ein Chef auch noch. Zeltane, darf ich noch ein paar Flöße fangen? Amf. Schon wieder? Gut, aber beeil dich. Vielen Dank, Amf. Ich kann leider nicht schnell laufen und gleichzeitig Frösche fangen. Das haut immer nicht hin. Das ist voll gemein. Ich muss aber schneller laufen, sonst kriege ich gar keinen Frosch. Das ist voll fies, ne? Wie stelle ich das an mit meinen Fingernchens? Das muss doch irgendwie in der Option, das könnte ich nachschauen. Ähm, 13 Frösche. Okay, das geht jetzt gerade nicht. Das ist wieder ganz super. Warte, mit X geht's auch. Warte, ich hab's schon. Ich krieg das schon hin. So, ich muss nicht mit Älter. Ich hab vergessen. Na, nee, das war wieder ganz toll, ne? Jetzt hat er den nicht genommen. Wow, wir haben für einen anderen Erwachsenen Froschmännchen angefangen. Na, nicht verlassen. Entschuldigung, ich bin abgegeltet. Abgegeltet. Bist ihr bedient? Genug Mampf, einer muss noch. Mann, ey. Jawohl, ein Weibchen haben wir gefangen. Meister Quill, wo kommt der zu? Okay, was? Ich sehe, du bist 30 Kilo. Kommt der zu? Du bist auf dem besten Weg, die Geheimnis in das Essenstrecke hinzulernen. Hier, das schenke ich dir. Elixier? Ha, danke, Meister Quill. Lampf. Ich werde nicht aufgehen, bevor ich alle geheimnisse entdeckt habe, Lampf. Ja, genau. Wir haben noch ein Weibchen gefangen. Subi. Das ist der Gold. Das ist, glaube ich, der Froschkönig. Nix da wiescht, nix da wiescht. Hosen, fiescht, nix da wiescht. Aber hier, ein Männchen. Komm da her. Ja, so langsam. Da, langsam. Nein. Hüpf nicht weg. Lieber Frosch, hüpf nicht weg. Mist. Ja, dann kriegt man es nicht. Halt. Froschkönig, der wäre all. Subi. Ob man den küssen soll? Wobei, ich habe meinen Männchen-Prinzen ja schon gefunden. Ja. Schatzl, das war da, was du gemeint. So, dann kommt, ja, Herrschaftszeiten. Kackfrosch. Kackfrosch. Na, jetzt kommt er nicht da rein. Jawohl. Ein Weibchen. Haha, hab ich doch bekommen. Gekriegt. Stipitzt. Geschnappt. Wie auch immer. So, Kackfrosch Nummer zwei. Die letzten sind immer die schwersten. Vor allem die hier, die tun einen nur ärgern. Alter. Jawohl, erwischt. Glockenweibchen. Boah, das ging jetzt aber echt schnell. Das sind jetzt alle, ne? Inklusive Froschkönig. Das ging echt schnell. Voll cool. Und, Quina, bist du bedient? Es ist nicht so eine Sache, dass sie zu hangen hat. Aber ich habe genug Mapp. Mhm. Super. Boah, das ging echt fix. Ich bin wirklich begeistert. So, hier lang. Bam, bam, bam. Geht's hier rüber? Geht's hier rüber? Irgendwie? Nö. Aber, nochmal zurück vielleicht. Es ging vielleicht da drüben. Weiter. So, vielleicht gehen wir hier irgendwie raus. Oder da rüber. Nix, da geht nur da rein in die Mitte. Okay. Dann haben wir unsere Frösche und können uns wieder vertschüßen. Das lief echt super. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass ich länger brauche. Ja, das macht die Übung. Ja, eigentlich noch stinkt. Da habt ihr recht. Bitte kein Kaktus. Bitte kein Kaktus. Was? Die ist jetzt auch hier? Okay. Diese, ich klau die alles weg. Vielleicht kann man die auch fressen. Was? Stopp. Ähm. Ein Puschen gibt's ja auch. Okay. Puschtwächer wäre das klar. Natürlich. Logisch. Vielleicht noch einmal Feuer. Wahrscheinlich wird das schon zu viel sein. Der wird abkütteln. Ja, die Stein-Stubitz. Das ist ja nicht so. Was? Das könnte zu gut sein. War es nicht so. Was? Puscheckswächer wäre das geil. Ich hoffe, ich dachte, das macht mehr denn mehr so. Nein. Die Essen macht. Ich muss nur denken irgendwie. Ich lasse mit Eis. Mitterdoppeln aufs Messen. Und verschwindet. Scheiße. Das haut er ab. Oder wie? Oder? Ah, versteht sich nur. Okay. Ein Haar, wenn ich es. Ich glaube, jetzt kann ich ihn nicht treffen. Oder doch? Wann ist das jetzt wieder lang? Also dauert lang. Das dauert ja länger. Das ist nicht zu glauben. Komm, lass mich heißen. Vielleicht kann ich dann auch verschwingt werden. Das macht überhaupt keinen Schaden. Das ist besser, wenn ich auf den Fernseher mal draufhau. Mit Mimi. Goblinschlag. Super. Bravo, bravo. Gut gemacht, lieber Kina. Ja. Da freut er sich. Sehr gut. Level Up. Level Up für Kina. Schön. Ein bisschen Gillhammer bekommen. Sonst nichts. Auch nicht schlecht. Stimmt, da drüben sehen wir auch einen höheren Baum oder Wald besser gesagt als davor. Da kann man mal hingehen. Wird uns aber momentan wahrscheinlich gar nichts bringen. Da kommen erst später hin. Regulär. Regulär. Ein Sagna. Es passt dir ein bisschen ein bisschen gegen Strawanzen. Boah. Wir müssen ein bisschen gegen Strawanzen. Was? Kein Bahner mehr? Boah. Und hin ist er. Passt. Sehr schön. Boop, 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 boop. Wie wird Level Up bekommen? Sehr gut. Level 20 ist es schon. Gleich wie unser guter Zitane. Aber das ist leider noch nicht genug. Wir werden nur kurz mal zelten gehen. Weil Lilly ist schon ziemlich erschöpft. Bitte einmal zelten. Ja, bitte. Oh, was? Schon aufstehen? Ja, speichert natürlich. So, hier hin. Ba, 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 ba. Und schon wieder aus. Ich liebe diese Musik. Ouuuuuuu! Oeeeee! Ein, ein, ein besonderes Monster. Bitte nicht der Quizmaster. Scheiße. Hehehehe. Ok. Mal schauen, ob ich wieder fehle. So, genau. Lesen, ja, Showtime, Quiz Nr. 2, da gibt es viele Quizze. Der 15. Leblumenmische Krieg war um 1600, na, das ist falsch. Angriff auf richtig falsch, da. Volltreffer, Gott sei Dank. Juhu, supi. 1000 GIL gewonnen, Trefferquote bei 50%. Hm, fast. Wie fast? Hätte ich ihn jetzt mit dem Ramuh angreifen sollen, oder wie? Hm, ist mir wurscht. Hauptsache richtig. Denn, wenn wir alle Quizfragen, ja, der kommt noch einige Male, also kann, kommt. Wenn wir die, vielleicht ist es schon soweit, wenn wir die nämlich richtig machen, komplett richtig alle, na, Juhu, Käferlein, Marienkäfer, dann werden wir nämlich ihn bekämpfen dürfen. Und umso mehr falsche Fragen wir beantwortet haben, also Fragen falsch beantwortet haben, umso stärker wir da. Natürlich bekommst du einen Jadestein. Und das haben wir ja gesammelt schon die ganze Zeit. Dann, die... War gut, Käfer. Ich glaube, für dich sollen wir da liebe Grüße aussichten. Ich will auch gleich im zweiten Scheißer zu wenig sein, sollte. Ja, scheint zu wenig. Ja, bitte schön. Und dort reden vielleicht, wenn du möchtest. Oh, jetzt ist er voll. Wow, cool. Vielen Dank auch. Gruß an jede Fresse. So niedlich die Viecher. Und so cool, ne? Schaut mal, 20 AP-Punkte. Jawohl, das muss so sein. Da lernen wir alles auf einen Schlag. Jawohl. Sehr gut. Und ich glaube, ein Eta haben wir bekommen. Super, bravo. Wir können uns wieder umrüsten. Freu, freu. Lieber von und zu Titane, du brauchst noch was mit der Waffe. Nach wie vor gutmäßig ist nichts gescheites. Mitril am Ralf hilft dir auch nicht weiter. Da ist dabei auch nichts. Die Weste ist fertig. Jetzt könntest du nochmal diese Allzweckweste richtig, die kannst du haben. Gut, und den 11-Jährigen brauchst du noch. Lieber, lieber Vivi. Stockhammer, nichts Neues für dich. Das ist noch okay. Ja, Blitzer und so, ne? Es hilft dir halt alles nicht wirklich weiter. Haben wir irgendwas? Oh, da war was. Elfenohrring. Echt wahr? Bitte, bekommst du sofort. Auf der Stelle kriegst du den. Liebe Lili. Sternenrute hilft dir nichts weiter. Da haben wir nichts Gescheiteres für dich. Auch hier schaut es eher schlecht aus. Da ist es auch eher miserabel. Und hier, nein, brauche ich gar nicht probieren. Period ist fertig. Äh, die Todes, Entschuldigung. Ähm, dann kannst du eigentlich die Aussuchung wieder. Das hier, Vitra. Vitra. Brauchen wir aber noch nicht. Noch sind wir noch nicht so weit mit dem Leben. Ähm, deshalb nehmen wir die Zauberstiefel. Felsenfest und Blender ist ja schon. Lieber Quina, das war ein schöner Sprung für deine Waffe. Aber ansonsten schaut es eher arm aus bei dir, ne? Zauberstiefel braucht er noch für ein oder zwei Kämpfe. Ability, lieber Vivi, kannst du denn welche anlegen? Wenigstens eins. Ability Up. Joa, das wäre auch nicht schlecht. Das geben wir ihm gleich. Kann das vielleicht noch jemand schon? Dann werden wir nicht was tun, damit das geht. Level Up geben wir ihm, wenn sie da, ne? Aber da hat schon viel. Jö, da kann schon viel. Lili, bei dir vielleicht. Halt, nein, zu. Ability Up hat sie schon. Das ist sehr gut. Und du, lieber Quina. MP Plus, ja, auch nicht schlecht. Aber der Wall ist alles gut so. Hm, was haben wir denn da? Wo sind wir hier? Schaut aus wie ein Schwarzmagier. Was ist das? Hier ist immer Sackgasse. Da ist eine Eule. Niedlich. Was ist denn das? Was ist das? Was ist das? Hier ist immer Sackgasse im Ernst. Oh, mein Kampf. Und dann ist der Patsch wieder zu Ende. Oje, Mini. Oh Gott, was sind denn das für Pilze? Die schauen nicht genießbar aus. Aber Quina ist sie sicher. Dann werden wir gleich den Einhimmel angreifen. Wir wollen, dass er dann schwach genug sein wird, um gefressen zu werden. Was, der greift beide an. Echt? Können wir eigentlich machen. Dann tun wir hier auf Abwehr. Und hier nur Feuer einbinden. Und dann schauen wir mal, wer bereit wäre, Quina als Essen zu geben. Verdonnerung. Oh, wir würden beide gut dastehen. Heißt der wirklich fliegt mit? Oder fliegen damit? Das ist schön. Eine Säge. Ich glaube, wir werden Heidenart fallen. Mal schauen, ob schon irgendeiner von denen genießbar ist. So schwächer werden. Sehr schön. Ja, der hat schon 400 verloren insgesamt. Das müsste doch jetzt mal was werden, oder? Auch schon zu Ende. Quina, ich werde dir sehr dankbar, wenn du da diesen komischen Pilz bitte verspeisen könntest. Das wäre sehr nett. Und genießbar. Alles klar. Das heißt, du hau uns weg damit. So. Ja! Juck, juck, juck! Ja, ja. Zumindest geht unser Auto, also unser Potionvorrat vorbei durch unser lieben Quina mit dem Selbstheilen, kann so gut wirklich, ja, Leben retten. Sehr gut. Ja, MP plus 10 hat Quina erwähnt, so viel. Die haben aber recht viel Gild gegeben. Oh, da, oh, oh. Wo geht's hier lang? Tatsächlich Sackgasse, dann hauen wir hier wieder ab. Keine Ahnung, was das hier ist. Ich denke mal, wir kommen später dahinter. Wir werden jetzt noch mal zelten und speichern, weil für heute waren wir wieder brav. Wir haben den äußeren Kontinent erreicht, wir haben schon das eine oder andere Level abbekommen, wir werden noch ein bisschen trainieren. Mir wäre es ganz, ganz lieb, wenn wir den nächsten Part noch in Form von Kämpfen verbringen können. Nicht nur um Sachen zu lernen, sondern auch um uns selbst zu stärken. Denn es hilft leider nicht viel, wenn wir Fähigkeiten lernen, wenn unsere Körper schwächlich sind. So. Ja. Und die müssen auch gestählt werden. Jawohl. Damit wir brauchbare Krieger werden. Fein. Und somit, ihr Lieben, bedanke ich mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.